Musik Und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play League of Legends. Ja, äh, wenn ich mir mein Team so angucke, möchte ich weinen. Also, um das kurz zu erklären. Ich bin ein Chaco, AP Jungle, weil sie nur AD haben. Ähm, Jinx ist Mitte. Tründermeer ist Toplane. Und was die anderen beiden machen, hab ich keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich DuBot. Ähm, das wird sowas von in die Hose gehen auf der Botlane gegen Blitzkrank und Ezreal. Dass ich es einfach gar nicht beschreiben kann. Und, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Es gegen uns jemand ein ziemlich starkes, ähm, Team. Ja, doch. Gärchen kann einen rausfokussen. Ähm, Z kann einen rausfokussen. Cut-6 macht Damage ohne Ende. Ezreal macht Damage ohne Ende. Oh mein Gott. Das wird der reinste Reinfall werden. Ich muss aber AP spielen, weil, ähm, wenn ich nicht AP spiele, dann haben wir das sowieso verloren. Ja, und daher machen wir das einfach so. Jetzt zieht ihr mich nicht. Willkommen in der Kluft der Beschwerden. So, erste Box nach draußen. Damit ich sehe, was die Leute machen. Machieren, machieren, machieren. Kein Bock auf eine Invade. Muss ich ja gestehen. Das wird ein Spaß. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ein kleines Stückchen näher. Nein, ey, die sind die Bot-Lane, ey, ohne Mist. Die werden so auf die Fresse fliegen. Wenn eine Plitzkrieg sie crabt, dann war's das. Die Vasallen sind erschienen. Aber schön zu wissen, dass die Plitzkrieg unten ist, da brauche ich mir keine Sorgen mehr über den In-Welt machen. Hoffe ich. So, und... Das wird ein Spaß. Huiiii. Das wird ein Spaß. Klack. Das wird ein Spaß. Ihr seid ja angeschmiertet. Ein kleines Stückchen näher. Maschieren, maschieren, maschieren. Das hat man auch schon mal. Dann gehen wir jetzt zu meinen. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. So. Ganz kurz warten. Noch einen zweiten Box abwarten. Bei den Babs tut sich am Anfang ein bisschen schwer mit mir oder die Boxen. Das ist das Problem. Also der RPG meine ich. Da, hinter euch. So. Erstes Blut. Maschieren, maschieren, maschieren. Ciao. Wie geil. Ich laufe nur über ihre Lane, weil ich meinen Rapper verreichen will. Und sie stirbt. Und jetzt bin ich dran schuld, weil ich ihren Death-Diolos habe. Was? Was? Zum Geier? Wie geil. Du? Die? 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 Ihr seid der Angeschmierte. So, der ist gleich tot. Ein kleines Stückchen mehr. Hm, Ganken ist gerade schlecht. Oben auf dem Top-Lame vielleicht, wenn ich da rechtzeitig hinkommen sollte. Das wird ein Spaß. Aber gegen Garen ganken ist auch so ein Ding. Hm. Das ist super, ich bin hier auch noch Mana. Wir ganken ja schon mal überlegen, müssen wir mit dem leben und ohne Mana. Äh, nein. Lass mich kurz überlegen. Äh, nein. Loll. Loll. Was ist das behindertes, was ich jetzt hätte machen können, aber ich dachte mir nicht, dass der das überlebt. Maschieren, maschieren, maschieren. Lacker. Ein Verbündeter wurde getötet. Ihr seid der Angeschmierte. Die Jinx, das ist eine Flame-Aus-Schlampe. Ich hab, das hab ich jetzt nicht gesagt. Ich hab, das hab ich jetzt nicht gesagt. Maschieren, maschieren, maschieren. Ich hab, was bei dir abgeht. Okay. No Gangs. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Die Jinx. Keine Ahnung, was bei dir abgeht, aber... Äh, weiß nicht. Jinx Mitte, Flamet rum, wie so, sonst was. Jetzt mit den Speis. Und jetzt die Aktion gerade. Ich weiß nicht warum, aber ich konnte sie nicht leiden. Ich bin in Jinx. Ich bin in Jinx. Lol. Hm. Los geht's. Wir müssen die Boxerville abwarten. Ohne Boxen scharf ich das nicht gegen den. Bleibt uns nichts über. Ich hoffe, die will keinen Red Buffer, einen Blue Buffer haben, die Alte. Kann sich aber schön abschmatzen. Na komm. Ein kleines Stückchen näher. Da, hinter euch. Na komm mit. Komm ich mit. Freundchen. Übertreibs nicht. Das wird ein Speis. Lol. Lol. Lol, lol, lol. Ein Gegner wurde getötet. Yay! Wir haben einen Kill! What the fuck! Warum kann ich gerade mit meinem rechten Mauszeiger nicht mehr laufen? Ein kleines Stückchen näher. Hä, bin ich behindert, aber man kann mit meinem rechten Mauszeiger laufen? Na gut. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Jetzt zieht ihr mich, jetzt zieht ihr mich nicht! Blub 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 blub. Du irgendwann der Eistöl. Du bist doch echt nicht. Was ich da machen soll. Oh. Was ist das für ein Scheiß? War das der falsche Jako? Kommt noch her Huuuup Ich hab mir geschafft Eeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeee Ich sag dazu jetzt gar nichts, nein meine Freunde ich sag dazu gar nichts. Ich wollte es hier grad aufnehmen, weil ich mir dachte okay du kannst wenigstens irgendwas reißen, aber das ist ja gerade der reinste Scheißdreck. Jetzt kommt Garen noch. Jinx ist sowieso du zu... ah ich geh damit hin. Ja jetzt geht Jinx, ey. Ich hab die Welt in meiner Hand. 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 Okay male Männer. Aaaaaaah. Grr. Ein kleines Stückchen näher. Das heißt, der Jinx eigentlich ruiniert die gesamte Bot-Line. Plus Jinx, das stehen scheiße. Weil ohne Mist. Jinx, Flame, Flameheart. Jetzt seht ihr mich? Jetzt seht ihr mich nicht? Ihr seid der Angeschmierte. Oh, ich wollte... Ach, das ist so dämlich, ey. Ich bin... Ich bin der einzigste AP gerade im Team. Das heißt, ich theoretisch müsste Carrying. Das ist aber mit Chaco so gut wie unmöglich. Ach, okay. Ich kann nur besuchen, so schnell möglich, irgendwas zu farmen. Aber das bringt mir auch nichts. 15 Sekunden Blubuff. Also dann bleibt meine Kopie nicht mehr. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ich habe wieder kein Mana gehabt. Ich habe wieder kein Mana gehabt. Wow, sie macht Kills. So, jetzt wieder hier runter. Alter, das drehen mir das gar nicht. Für keinen. Ich bin der Jinger hat mir gerade geführt. Das drehen mir gar nichts gegen das Gegner. Sie sind gerade. Ich habe mich so ausgefühlt, dass es hier einfach rauskommt. Flup, 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 flup. Jetzt seht ihr mich nicht. Jetzt seht ihr mich nicht. Ich hasse es, wenn der Ghoul in meine Boxen fokusset. Ich bin euch gerade so ein bisschen ratet, was ich machen soll. Weil sämtliche Versuche, irgendwie was zu reißen, würden daneben gehen. Boah, war das knapp, ey. Ich wäre jetzt voll abgereckt, wenn ich die Kopie nicht geschworen hätte. So rein zufällig genauer an meinen Orten, das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt gehen wir langsam auf den Slice Stone. Äh, ich kaufe mit Absicht den, äh, Dings, weil ich das ausprobieren möchte. Was zur Hölle machen die da? Ein Gegner wurde getötet. Doppeltötung. Ihr hattet nie eine Chance. Sagt mal. Los geht's! Da erhoben die aber echt einen Schaden. Ihr seid der Angeschmierte. Mir lastet einiges auf den Schultern. Ich höre auch hoch. Da seid ihr angeschmiert. Warte. Hey, schau. Ich hab die Falt in meiner Hand. Ein kleines Stückchen mehr. Mir lastet einiges auf den Schultern. Los geht's. Ich werde nicht... Ui, das war ja richtig gemein. Schultern. Mir lastet einiges auf den Schultern. Dein. Och, man. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner verfällt in Blutraum. Ein kleines Stückchen näher. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ihr seid der Angeslierte. Jetzt seht ihr mich. Na, okay. Jetzt seht ihr mich. Ja, okay. Ja, okay. Na gut. Na gut. Euer Team hat einen Turm zerstört. Marschieren, marschieren, marschieren. Ressiere rein! Gut, okay. Äh, ja. Die Kommentation fällt dir gerade ein bisschen schwer, weil ich aber fassungslos bin. Ich erreiche absolut gar nichts mit Choco. Das ist das Behinderts-Game, was ich mit Choco seit langem hatte. Warum greift die Box das 4 an? Jetzt zieht ihr mich, jetzt zieht ihr mich nicht. Ja, brauche ich gar nicht zu rendern, weil, wenn sie in zwei Stunden dagegen gezippt haben, dann ist es eh schon vorbei. So, hoffentlich ist er noch da. Ja, den lassen sie mir wenigstens. Marschieren, marschieren, marschieren. Ich weiß nicht, wenn die so weit oder so retorten, äh, also nicht für die Karte spielen müssen, aber wenn die weiter so Spaß machen. Dann, äh, ist ja ziemlich cool, dass die Leute so was machen, aber ich habe trotzdem vor, dass es zu gewinnen ist als Spiele. Darum, ähm, könnte es sein, dass mir das sogar hilft. Woher wusste der, dass ich der Richtige bin? Woher wusste der, dass ich der Richtige bin? Ja, wow, ja, ist so gut. Das war so ein Schild, wo du denkst, Ich weiß nicht, drunter mir erscheint auch so ein bisschen so... Ich muss mir ja farmen, ey, ohne Mist, das ist richtig assi, mit AP-Chakot zu farmen. Ob ich einen Hybrid bauen soll? Ich weiß nicht. Wäre natürlich cool für die Kuh, äh, für die Ehnen. Da müsste ich mir eh den ganzen Damage drücken. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. Die Verbündeter wurde. Aber vielleicht würde ich da ein bisschen mehr Leben geraubt haben, äh, ohne Mist, das ist... ...richtig behindert momentan. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. Ahhhh... Da war das, was im Game schlägt vorbei. Ein kleines Stückchen näher. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Da ist Karthik wieder. Ich will meiner Ausspaum für den Jump. Ja, ihr seid behandelt geischmiert. Ich kaufe mir jetzt natürlich acht mal Lidsch Bane. Ein Verbündeter und danach kaufe ich mir... Ich komme jetzt aggressiv weiter, wir gehen nicht ab, wir gehen in Hybrid, das ist besser. Wir machen jetzt trotzdem, die 10 kriegt man dazu, das ist ja kein Ding, wir kriegen trotzdem den ganzen Damage auch mit dazu, aber ich sehe gerade, das kriegt man gar nicht so viel Damage dazu. Jetzt seht ihr mich, jetzt seht ihr mich nicht. Oder ich hole mir einfach mal ein paar AD-Items zum Farmen kurz und dann später... Klack, 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 klack. Ich werde es auf den Schultern. Rett ihre Reihen! Ein Gegner verfällt im Winter. Los geht's! Die Verlust wurde getötet. Der Verlust wurde getötet. Oh! Das ist nicht mehr ein Hahn! Sieht die Zeugauber. Hey, schau! Ich hab die Welt in meiner Hand! Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn nicht!